Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 70 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1300 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020